Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Super Metroid Golden Dawn. Wir haben uns ganz schön durchgeprügelt das letzte Mal. Ui, was war das denn für ein Kloß hier? Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben gerade frisch den Schadenspielen geholt und waren auf dem Rückweg... www, www, rückweg und ich hoffe, wir kommen zurück. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es hier lang ging. Ja, ich weiß, ich kann charge. Ich vergesse das nicht mehr gerne. Ja, ja. Au. Au. Achso. Oh, natürlich, die Absicht, der ist klar. So, warte mal, ich muss jetzt mal hoch. Ist hier irgendwo was, was ich gebrauchen kann? Nö. Rrrr. Lalalala. Ich hoffe ja, dass wir erstens wieder zurückkommen. Näm. 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 Achso, die Geschichte. Und zweitens, komm ich da oben eigentlich noch lang? Soll ich da mal hin? Oh Gott. Geht das wieder los? Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Controller. Nein, an mir nicht. Ich habe... Ich bin natürlich fehlerfrei, das ist ja klar. Ich habe es nie herausgefunden, die richtige Geschwindigkeit von diesen Bällen rauszukriegen. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich versuche mal ein Tempo rauszukriegen. Ich weiß mir nicht mehr, wie das war. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich versuche gerade irgendwie ein Tempo rauszukriegen. Ich glaube, ich gebe es gleich auf. Ja. Kein Bock hier. So, gehen wir jetzt mal weiter. Nichts, ob es so ist, wo es hier lang geht. Oh. Oh. Äh. Ja, genau hier wollte ich hin. Das wird ja ein Spaß, hier wieder rauszukommen. Lalalala. Nein. Okay. Ähm. Heute speichern wir auf dem zweiten. Höhe. Höhe. Okay. Nein. Nicht doof. So. Dinge, die geklärt werden müssen. Ähm. Wie war denn das hier nochmal? Na ja. Wusste ich's doch. Tschüss. Tschüss. Dann, 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 dann. Hm, 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 hm. Ist hier noch ein Geheimnis? Muss ich hier noch? Ich will hier nur noch raus. Ja, ja. Ich könnte bestimmt auch schon mehr Missles haben, wenn ich mich ein bisschen schlauer angestellt hätte mit Suchen und so. Aber, ui. Ihr glaubt ja gar nicht, wie... Wie schwer die Suche hier überall ist. Obwohl, das sieht man ja ganz offensichtlich. Äh. Äh. Ja, 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 ja. Ja, braver Bist. Ganz so braver. Gut, das wär jetzt ne Abkürzung gewesen, aber für... Nicht für... Für Großkiller, also nichts für mich. Kenne ich ganz andere Kollegen, die das wesentlich besser gemacht hätten als ich, das ist mir klar. Aber ich bin halt... Ich bin halt auch da, ne? So, wir gehen erst mal wieder raus. Tschüss. Ja. Da, 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 da. Ich bin gut. Kriegt das auch? Ja, ja, ist Feuer, klar. Ah, hier brauch ich die Grünen. Die Grünen hab ich noch nicht. Ach, die Geschichte war das. Jawohl. 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 Ha. Lalalalala. Wird ja sein können, dass es nach unten irgendwo weiter geht, aber nö. Versuchen wir erst mal zum Schiff zurückzukommen. Upsa. Äh, ja, natürlich. Hm. Verzeihung. Wie komm ich da jetzt hin? Oh. Hä? Ah. Höh. Höh. Missiles. Select. Höh. And press the Y-Button. Y-Lon. Okay. Pup, pu, pu, pu. So. Hä? Äh. Hm. Hört sich ein bisschen an wie Wreck-It-Chip. Ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehme. Ein bisschen werde ich wohl machen. So wie, äh, so wie ich Lust hab. Ähm. Ich hab auch mittlerweile wieder ein Minecraft-Projekt. Project. Aber. Das, äh. Wird noch ein bisschen brauchen. Ob ich das zeigen kann. Das dauert noch ein bisschen. Genau da wollte ich die Bombe hin. Das war Absicht. Hä? Lala. Oh. Hm? Halt. Und weiter. Oh, schöne Musik. Warum muss man bei jedem, jeder dieser Titel eigentlich mitsingen wollen? Mit diesem unterbrochenen. Ah. Gut, das ist das hier. Ich vermute mal, da geht es weit runter. Ich versuch nochmal nach rechts irgendwie zu kommen. Ich hab ja gespeichert, bevor ich hier reingegangen bin. Das kann ich ja nochmal gucken. Tö-tö-tö-tö-tö-tö. Wo geht's denn hier lang? Achso. Ich dachte, jetzt stürzt ich in die Tiefe, meilenweise. Okay. Du-tö-tö-tö-tö-tö. Hä? Ah. Kriegen wir etwa sowas? Lala. Hä? Stehe diesen Raum nicht. Warum müsst ihr denn die Frames so anordnen? Dass man überhaupt nicht sieht, wo man eigentlich hin muss. Was soll das hier? Hä? Das ist aber eindeutig eine Wand, wo man... ...wo man irgendwie durchkommt. Tut. Na komm. Ich will nochmal da oben eine Bombe reinsetzen. Ach komm schon. Also. Okay, es geht ja nicht weiter, hab ich verstanden. Merkwürdig. Aber wir kommen wieder. Geht's hier eigentlich lang? Nö. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Bitteschön. Wo können wir denn doch? Was sind wir denn jetzt? Ob ist das so dunkel? Ist das eingeölt oder... Hä? Also mit Diesel zum Beispiel? Hä? Bin ich unter Wasser? Oder ist das Nebel? Was ist denn das hier? Laa. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Hm? Oh. Au. Das ist ein Glück nicht wieder abgezogen. Oh. Das war nicht Absicht, aber gut. Hä? Dieser ist der Leichter-Vierter. Wo muss er hin? Hat er hier einen Raum und da einen Raum und weiß nicht, wohin dieser Raum führt? Ich sollte mal speichern. Jetzt. Vielleicht auch im dritten. Wo ich gerade runtergefallen bin. Ähm. Habt ihr die Karte mal gesehen? Kann es sein, dass hier mal ein Boss kommt? Boss Cop? Ist ja irgendwann ein Boss Cop. Äh. Ich setze mal ein paar Bombis. Vielleicht geht es ja irgendwo durch. Kann ja sein. Ich meine, der Raum ist ja groß genug. Da kann schon mal ein bisschen was passieren. Gehen wir noch eine Ehrenrunde. Nur weil es... Weil du es bist. Für dich. Komm. Komm ich ja nicht wieder hoch? Ja. Ich hoffe doch. Na sicher. Wie guack. Jawohl. Herr Kapitän. Ja, das habe ich mir gedacht. Weißt du, auf einmal kann ich den Wandsprung, ne? Ach, und die sind wieder da. Das ist natürlich in Ordnung. Wenn die wieder da sind, dann kriege ich jetzt ja auch wieder Zeug. Ich habe schon mal gesagt, dass ich den Wandsprung mag. Ich habe aber glaube ich irgendwann mal gewesen, vor zwei, drei Jahren, als ich das Spiel mir geholt hatte, aber noch nicht gespielt hatte, dass man jedoch sehr häufig den Wandsprung benötigt. Ich hasse ihn, spätestens seit Golden Darn. So. Ja, ja. Ich wollte ihn unter allen Umständen besiegen. Wo sind wir hier? Bin ich hier richtig? Kommen jetzt schon die Metroids, die kleinen? Ach, hier geht's hoch. Oh Gott. Da fällt was runter. Äh. Ja. Ähm. Warte. Hä? 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 Ich weiß nicht, was ich machen soll, was hier eigentlich Sache ist. Was ist denn Sache, Junge? Pass mal auf. Nö. Sagt man heute ja gar nicht mehr, ne? Was ist Sache? Sagt man eher sowas hier. Was geht ab? Keine Ahnung. Äh. 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 Ich... Ich glaube hier an alles. Hier kann überall ein Durchgang sein, deswegen gucke ich hier nochmal überall. Und gehe dann gefrustet wieder zurück. Ah. Ja, sicher. Ja, sicher. War ja von Anfang an geplant, dass ich durchgehe. Ja. Auch das. Ich bin froh, wenn ich die Powerbomben habe. Ich sehe nicht durch. Ist das schlimm? Hä? Hä? Ach so. Äh. 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 Na, hör mal auf. Ja. Ich... Ähm. Muss mich gerade mal in der Nase kratzen. du 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 ich hoffe hier kommt kein böser boss ja ja warte mal lass den onkel doch mal springen ich wollte doch mal hier wollte mal gucken das ist das alte mother brain da ist eine missel ich komme ich doch nie hoch ich stelle mich doch zu doof an beim springen die nachfolge in den sendungen für später nicht so einige stunden ich versuche jetzt wieder den rhythmus zu finden ich brauche irgendwie metronomen oder sowas ach jetzt ging es jetzt wo ich aufgehört habe zu drücken super dann stelle mich mal ein bisschen mal gucken dass das bringt scheint manche was zu bringen aber ich komme garantiert nicht bis ganz oben da geht sie jetzt hoch oder nicht da auch ich spreche erstmal ich versuche da mal hoch zu kommen bin da weißt du nicht wie ich hier herunter komme ich meine wie ich hier weiter komme wenn man gespeichert ach so okay komme ich oben jetzt raus mein gott das sind sowas einfallen ja ja da komme ich nicht durch komm ich irgendwo durch au natürlich aber ich darf nicht durchschießen schießt geh mal unten rum geh mal unten rum wer brüllt hier würde ich sagen ach so natürlich kann mich hier hoch zu flügeln schön unter den rock geschossen au drecksack ich muss langsam auf mein leben aufpassen so ich habe gerade beschlossen durch diese tür noch nicht zu gehen nein nein konnten wir schon ein paar missles holen ja ach so da oben war ich ja schon ähm dann würde ich vorschlagen wir nehmen die anderen zwei drei blauen türen die wir noch nicht passiert haben also so wie tomaten und der rock ja hör auf nee mhm klar ähm wo gehe ich hier dann komme ich hier denn wo muss ich hier denn so da ach so wird sicher ach der wie ist er da durchgekommen wieso komme ich da nicht durch das ist aber doof ne ok merke Monster können durch Wände du darfst das nicht das finde ich ein bisschen buh wie viele unfairheiten hat das spiel denn eigentlich noch da oben wollte ich auch nochmal irgendwie lang wie komme ich wieder hoch da ne hier oh hä warum wird das nicht auf der Karte angezeigt ein Speicher warum wird eigentlich so ziemlich alles nicht auf der karte angezeigt vielleicht wird es auf der karte angezeigt wenn ich nicht mehr in diesem gebiet denn in diesem command ist das irgendwie ein fehler nur noch einen speicherplatz ich habe ja genug ich werde gerne mal reingegangen darum genau damit d ok okay wenn ihr nicht das was du denkst das wollte ich nicht sagen ich würde wissen wo ich bin bin ich denn jetzt im sinne von wo bin ich denn jetzt kommt da was raus ja bewegung ich frage mich überhaupt jemals zum ende kommen werde das so schwierig ist ja 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 ich mal was ausgesucht kann ich hier was vom bin kann die schnitt kann man immer mal machen empfehle ich persönlich auch gerne läuft sie nicht wenn sie an der kante steht grün spätestens jetzt bin ich verwirrt wieso ist das jetzt wieder dark gardens wenn ich da eben schon eben was noch nicht da ganz ich bin natürlich schon blöd und darf da noch mal hin deswegen ja ja okay ach jetzt bin ich hier zurück ach so echt gibt sie nicht einen anderen weg noch nicht muss ich da drüben noch mal gucken ich muss ja irgendwie zurückkommen ich bin ja jetzt eine sackgasse wenn ich hier nicht weiterkommen dann lege ich den drücker beiseite dann gebe ich auf ist ja klar muss ich doch irgendwo rausgehen ach so ist dieses spiel dann könnte ich erst mal wieder speichern wenn ich schon mal da bin viel geschafft viel gesehen haben wir noch nicht und da unten auch schon wir gucken hier mal rein ich noch irgendwo was vergessen habe ich jetzt mal wieder da dann kann ich mal runterfallen das ist ja schon ganz aufgebläht das ist bestimmt lebe ich auch okay ich guck mal ob es irgendwo noch durch geht und weiß man ja lieber dem entwickler hier na schön merkwürdiger raum da blieb noch einer mitte verschont na 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 schubs mich nicht schubs zurück da gut gut muss man ja alles kontrollieren na hoch mit dir ach hier drüben war ich auch noch nicht drin ne moin moin ähm wir saven erstmal schnell au da das sicher soll mich da hochbomben na mach ich Ich gehe mal nicht davon aus, dass es gewollt ist, dass ich jetzt da hochkommen werde. Bombensprung? Soll ich es mal versuchen? Ich mache das aber offline. Also bis gleich. Warte, Moment. So, ich habe das mal aufgegeben. Ich versuche aber hier drüben hochzukommen. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Von ganz ernsthaft? Wie viele Stunden soll ich da probieren? Ich bräuchte einen Metronom. Solange könnte er so nie durchhalten. Seht ihr? Entwickler. Wer hat denn diesen Hack gebaut? Ich meine, ich könnte auch einen anderen Weg suchen, aber... Immer schön klick, 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 klick. Aber so richtig.. So richtig gehts noch nicht. Vielleicht hab ich einen bisschen falschen Tick drin. Können wir auch mal Spam versuchen. Ich glaube, das geht auch nicht besser. wir sehen uns gleich wieder aber ich bin durch ich weiß zwar nicht wo ich bin wie hierher gekommen bin aber ich bin da ein kleiner tipp ton ausstellen und so versuchen den rhythmus zu finden immer dieses tag 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 auf einmal geht es ich denke mal nicht dass ich hier durchkommen das sieht hier so aus wie maria ein bisschen okay ich gucke es mal von anderen seiten stachel speichern ach so ja sicher was war denn das gerade für ein ruckel runter oder rechts rechts komme ich zurück wir können ja mal nach rechts speichern mal eben wir gehen mal nach rechts ganz recht recht ganz recht toll das heißt jedoch den leichten weg nehmen können super was was ach das ist doch einmal kommt nicht da hoch der raum sieht aber aus als wollte nach unten weitergehen ich habe mir jetzt da muss ich wieder hochbomben ich kann mich hier nicht so das habe ich von ungefähr zehn minuten gemacht dann hatte ich so einen leichten dauer mhm hrm 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 kopf und auf kopf ach ich bin nervig so das heißt die komme ich also auch nicht weiter es gibt jede menge stellen wo ich noch nicht weiterkommen Rechts lang? Ich habe keine Ahnung. Naja. Achso. Komm ich hier eigentlich auf das hier irgendwas von Interesse oder? Nö. Den will ich damit nicht zu tun haben. Die leuchten noch nicht, die Dinger. Ich denke mal, die sind Attrappen. Vermute ich. Hoffe ich. Ich hoffe es. Hä? Achso. Ja, na sicher. Dani ist schon immer da. Ja. Ja. Speichern. Ähm. Äh. Äh. Bzzzz. Natürlich. Safe completed. Please take off. Äh. Ja. Ja. Ist hier irgendwas von Interesse? Komm ich da irgendwo? Nö. Hm? Ne. Ach, guck. Ähm. Ich kenne die Türen ja auch alle gar nicht mehr, weil ich einfach aus Frust alles vergessen habe, was man hier sich hätte behalten müssen. Da kann ich vergessen. es gibt nur Sackgassen nur Türen wo es nicht weiter geht das finde ich schön ich sehe mich schon wieder an irgendeinem YouTube-Video sitzen und versuchen nachzuvollziehen wo es eventuell ein 100 Jahr mal weiter geht ich versuche jetzt den Bombensprung da hoch ich mache die Pause die Aufnahme mal bis gleich ich habe es geschafft ich habe jetzt 10 Minuten gebombt ich habe ich habe ja neben mir ein Keyboard stehen das Keyboard hat ja ein Metronom ich habe einfach das Metronom auf 200 gestellt 200 Schläge die Minute alter wahrscheinlich komme ich nicht mal hoch ich habe eben gespeichert alles wird gut oh das achso ja ist okay wahrscheinlich ist hier nicht mal was nicht mal etwas was mir nützlich wird ich glaube das wird wieder so eine Folge wie lasst uns mal gucken was wir nächstes mal machen oh lalalalalalalala es hat euch schon gelohnt ich glaube ich werde die Runde aber erstmal beenden ich bin ich bin schon wieder voll Panne von diesem allein von dem Metronom allein von dem Metronom kann ich hier mal ja mal gucken ob es hier irgendwo lang geht ähm ähm könnts irgendwo weiter vielleicht so um die Ecke oder kann ja so ein ist irgendwo nö nö gut dann eben nicht hm ich guck hier oben nochmal gerade ja ich hochkomme ähm ja ich hab keine Ahnung wo es weiter geht das ist alles so verzwickt so verwinkelt und ich muss in 100 Stellen nochmal gucken weil ich da noch nicht durchkam und jetzt eventuell durchkomme da war ich aber schon da links von mir ja das ist alles so durch durch ist alles so durch einfach ich könnte mich jetzt auch hier auch wieder hochbomben aber wozu steht da na gut würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Super Metroid Golden Dawn und ich gehe noch einmal in den Speicher und sage dann Tschüss bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt naja ihr wisst ja Tschüss das ist das ist das ist Untertitelung. BR 2018